Die Kratzbeere, auch bereifte Brombeere, ist ein Halbstrauch neu verwandt mit der echten Brombeere, sieht entsprechend auch ähnlich aus. Die Blätter sind dreizählig gefiedert, die Dornen sind aber kleiner als bei der Brombeere. Die ganze Pflanze ist essbar und man kann sie verwenden wie auch die echte Brombeere. Die Beeren bestehen aus wenigen, etwa 5-10 Einzelsteinfrüchten und sind bereift, sprich wie rauhreif, bläulich, wachsig, überhaucht, so wie zum Beispiel auch bei Zwetschgen.